Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Naomi Susan Isaacs, Institute of Charismology in München. Im Laufe des Jahres biete ich euch eine ganze Reihe von Workshops rund um das Thema Charisma und Selbstbewusstsein. Und eines der wichtigsten Elemente in diesem ganzen Thema ist natürlich die Atmung. So wie wir atmen, so sind wir. Und wie atmest du? Bist du jemand, der so atmet? Oder bist du jemand, der so atmet? Diese Entscheidung wird an der Geburt getroffen und ist so prägend, dass sie ein ganzes Leben lang beibehalten wird. Und sie beeinflusst vor allem natürlich den Wohlklang deiner Stimme und deiner Art zu kommunizieren. Und wenn du lernst, im Laufe deines Alltags und im Laufe deines Lebens so zu agieren, im Sinne deiner Atmung, dann bist du sichtbar, selbstbewusst und vor allem authentisch. Egal, ob das jetzt über den Kaffeetisch ist oder bei einem Interview für den Job deines Lebens oder im Vortrag vor einem riesen Publikum von zweieinhalbtausend Leuten. So wie wir atmen, so sind wir. Wenn du mehr dazu lernen möchtest, über dich selbst, so dass deine Urgabe, dein Charisma in der Welt sichtbar wird und du dieses Charisma authentisch ausbauen kannst, so dass sie noch größer strahlt, dann habe ich genau den Workshop für dich. So wie wir atmen, so sind wir. Und noch kannst du dich anmelden. Das ist ein dreiteiliger Workshop und findet an drei Dienstagabenden hintereinander in München statt. Der erste Abend ist der 28. Januar, der zweite ist der 4. Februar und der dritte eben der 11. Februar. 28. Januar, 4. und 11. Februar. Noch kannst du dich anmelden. Den Link dazu, alle weitere Informationen und Informationen zu mir, falls du mehr über mich wissen möchtest, findest du hier in den Link unten auf meiner Webseite. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen oder auch dich wiederzusehen. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wir sehen uns dann bald wieder. Mal.